hi leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute feuerwerk zünden in der dunkelheit wie sich's gewohnt ihr seht ganz ganz feine sachen heute wieder am start raketen wir haben hier zink z1 bouquet raketen mit sehr starkem zerleger dann haben wir hier die agentos shell rockets kaliber 38 mm nico glycerin raketen dann haben hier bombenrohre panda festivalbombenrohre badabang badaboom leslie hier big shot es geht weiter mit fontaine riesenfontaine 1 von funke pyroland whiteout und goldgeil dann haben wir hier noch den pyroland queen of welling der ist hier hinten schöner kreckling vulkan dann die smarty fontaine jumping jelly beans popcorn fontaine ja ihr habt richtig gehört popcorn ist heute nicht zum essen sondern als fontaine zum anzünden dann hier ein richtiges schmanke und zwar ist das eine sieben meter kamuro fontaine von funke dann hier tor das badabunga dann haben wir hier pyroland aus dem bombenrohr salut und orange color thunder von agento die hysteria von agento pyroland prop show da ist sie schon ausgepackt die red thunder von agento wir beginnen jetzt mal ganz untypisch mit einer batterie und zwar mit der red thunder von agento so jetzt letztlich red blink so jetzt Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt Sina Barbar Dunga Funke Riesenfontäne 1 ZDF 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 Goldvulkanen ZDF 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 Pyroland Whiteout Vulcan 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 Pyroland Vulcan Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Funke, 7 Meter Fontäne Funke, 6 Meter Fontäne Funke, 7 Meter Fontäne Funke, 7 Meter Fontäne Untertitelung des ZDF, 2020 Viroland, Queen of Welding! Viroland, Queen of Welding! Viroland, Queen of Welding! Zinkrakete Viermal Zinkrakete Viroland, Queen of Welding! 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 Viroland, Queen of Welding!